Jo Leute, was geht? Willkommen bei Megagamer Marni. Ich befinde mich hier gerade im Zug nach Klein-Reifling. Meine Freundin zu ihrer Oma bringen, beziehungsweise nur am Bahnhof nach Klein-Reifling. Ich bin einfach mal mitgefahren und darf danach wieder zwei Stunden wahrscheinlich zurückfahren. Richtig langweilig. Da sitzt sie übrigens. Hi. Und schell hier ihre Füße. Hey, wir bleiben mal stehen. Und das Geile ist, wir sind einfach ganz alleine, einfach ganz alleine im ganzen Waggon. Da hier so spaziert hin und wieder mal der Schaffner so vorbei, so links, rechts, weil er nichts Besseres zu tun hat. Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Wer ist kommt? Wer? Da geht die Tür mal zu, ne? Da ist gerade der Schaffner vorbei spaziert. Der Bimbushel übrigens. Bimbushel. Der Bimbushel. Der Kürschel. Leute, ich muss ja jetzt was sagen und ich finde das persönlich mega nice. Laut Starplace. Schöne Grüße an dich an dieser Stelle. Solltet alle meine Videos gucken, wenn das wirklich stimmt, dann finde ich das mega nice. Nice, 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 nice. Ja, Leute, ich würde sagen, ich melde mich nochmal, wenn wir in Klein Reifling am Bahnhof stehen. Also, Leute, bis gleich. Tschüss. Jo, Leute, wir befinden uns jetzt in Klein Reifling. Braucht uns das? Ja. Der Spaß geht nicht auf, Alter. Yeah. Geht nicht. So, da. Äh, ja. Äh, wo sind wir da bitte? Äh, angeblich in Klein Reifling. Ja, du bist da, da ist dann rechts. Da. Ja, du bist da. Oh. Okay. Wartet kurz, Leute, ich bin gleich wieder da. So, Leute, ich bin wieder da. Ich bin mal kurz um einen anderen Zug umgestiegen. Ich, ja. Ich fahre jetzt wieder nach... Äh, sieht man das? Ja. Gut, da kommt jetzt noch nichts. nach Linz Hauptbahnhof. Guckt mal, so sieht der Zug aus eigentlich. Relativ chillig, sag ich mal. Und, ja, da sitzt jetzt der dicke Mega Gamer Mani wieder drin. Und fährt wieder nach Hause. Ja. Ich weiß nicht. Dann wird mal, wenn ich zu Hause bin, wird mal richtig heftig gezockt, wie sich das gehört am Wochenende. Und, ja. Und, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was ich laber. Ich würde mal sagen, das war's für dieses Video. Morgen kommt ein nächster Vlog. Ich versuche jetzt jeden Tag so einen Vlog zu machen. Einfach generell, weil es mir einfach... kurz mal Kamera weggeschwingt, weil da... der... der... Schaffner oder Lokführer kam. Lokführer kam. Ja. Ja. Äh, wie gesagt, das war's mit diesem Video. Das war's mit diesem Video. Morgen kommt dann ein nächster Vlog. Ich. Alter. Was ist eigentlich hier los, ne? So. Ja. Leute, wie gesagt, das war's mit dem Video. Morgen kommt dann ein nächster Vlog. Ich versuche jetzt immer jeden Tag einen Vlog zu machen. Einfach, weil es mir Spaß macht. Und, ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Sonst macht's gut. Schönes Wochenende. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.